ja manche youtube hier ist wieder mal eure nefer von blog willkommen zu minecraft survival oh wir sollten auch mal survival öffnen sonst sehe das schlecht aus aber ich vergießt hier sagen wir ja mit der allang oder ja wir haben uns ja ein bisschen ein paar diamanten rausgefischt ja ein bisschen eisen zwar noch nicht das meiste der meiste vom werk wiesel haben wir schon hier irgendwas ja ich könnte jetzt auch in den lavasees nicht nachgucken ich habe kein amel dabei ich habe einen eimer nämlich oben vergießt ja so zwei drei klumpen werden noch mal ein bisschen neister ich glaube da ist was jo da ist sogar was perfekt da hätte ich jetzt nicht gedacht da einmal reingebuddelt und schon habe ich was ja 20 jetzt nochmal so ein paar mal hier rein buddelt und noch was finde dann wäre es cool wenn ich nichts mehr finde können wir bald nach oben gehen da ist nichts das ist auch nichts der wäre auch nichts warum eigentlich gleich mal einen satz mit x ich will doch noch ein bisserl eisen nur ein bisserl nur nur ganz kleines bisschen ui licht an oh spitz aucken haben wir erstmal genug auf dem schnitzel da ist noch ein bisschen gold das können wir uns eigentlich auch noch einpacken alles nur diese blöden steine bruchstein das zeug keine ahnung jetzt den fachbegriff griffe nicht wieder an ok da war lewe ges natürlich jetzt muss ich erstmal mal wieder weg finden hä ha wovon komme ich jetzt bin ich wieder in der höhle gelandet jetzt bin ich wieder in der höhle gelandet hier ist auch nochmal ein weg ja ich will nach oben nein 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 hier 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 müsste irgendwo ein weg nach oben sein nein ich glaube hier einmal hoch da ist er ja perfekt ja das habe ich eigentlich nur an den einen grad erkannt wo die bretter sind weil wir hatten ja im eingang bretter gemacht ich glaube da war die schlucht ich glaube es ist nacht dann gehen wir erstmal was spachteln ein messer schon mal raus bevor er eine haue will hat wird ACT richtig wir haben hier wofür aber wenn wir mal knoppen dann war wir mal den tag mal schneller ich glaube es wird zwar gerade Tag oder wurde gerade Tag auch so jetzt die erde die macht sich mal stehen dann kann ich deine knochen wenigstens mitnehmen die vier jahre mit ihrer dörre juhu zombie das kann eigenes fleisch ob ich so doof bleibt doch da unten ihr seid so doof unten wäre nicht verbrannt wäre nicht gestorben ich werde selber in den runden gegangen mit faul für aber kommt auf die zuge geht verbrachten knacken pro diamantel schmeißen wir mal die öpelkirche an so wenig kohle wollen wir nicht auch noch eigentlich die kohle besorgen oder hatten wir noch was die spitzhacke die hat sein leiden schon weg kaputt dann machen wir auch die eisenspitze geben kaputt weil reparieren bringt ja eh nix mehr jetzt reparieren die eisen bringt eh nix dann geht meine dings runter oder kostet auch zu viel ja wenn du die somit anderen eisenspitze repariert bringt nix die ein blöcke können wir mal so machen dann haben wir die nämlich auch weg waren keine mehr nein das kann weg so das kann in die reise kiste die und die und die können weg da können die rein ach holz schmeckt nicht kann man hier essen dadurch schmeckt nicht was meine glück ja die können wir eben dann noch die habe ich doch gerade kaputt gemacht kann man hier zaubern was normal bin ich zu faul dafür aber die habe ich doch gerade kaputt gemacht irgendwie will die mir verarschen so dann machen wir uns erstmal der armboss ja ist das eisen so gut wie wieder weg ach andersherum müsste andersherum gewesen sein ja ja dann kannst du den stil holen und dir nochmal ne spitzacke machen so und das war es jetzt am eisen das wäre nicht das meiste muss man lassen toll wohl klatschen wir jetzt ein ambusy oh ja nicht so oft hingucken also passt das schon und zack perfekt die kann da noch rinnen ja das ist eigentlich was wir noch brauchen und wer der herr leder das kann eigentlich nicht raus was sollen wir damit und leder habe ich wohl nicht mehr naja und wer das hier ja in der einen kiste hm mein schwerter da habe ich ja eh nix drauf kann ich meinen zusammen machen aber wenigstens mehr wie der halbbarkeit ja eh eisen haben wir halt nicht viel raus gewonnen ich weiß gar nicht mehr wie viel eisen wir überhaupt noch haben dann ja aber bei diamanten noch mehr eigentlich können wir uns bald auch mal dia werkzeug machen oder ja können wir jetzt noch eben schnell machen machen wir alles aus dia werkzeug außer diese kacke brauchen wir selten können wir eigentlich auch hier reinschmeißen da wenn wir eine brauchen können wir aus holz reinschmeißen oder stein ein so eins geschwert eins zwei mit spitzi zwei und zwei so zack 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 und zack und daraus können wir eigentlich schon binden a 1 zu viel dann hätte ich mir eine brust platte gemacht weil dies schon bisschen besser aber auch egal war an zu können wir eigentlich hier oben rein ballern Als Alleindinger Wir benutzen aber erst das Werkzeug, bis es kaputt geht Das andere Toll, wo sind meine anderen Diamanten? Hä? Ach, die habe ich ja verkraftet, auch nicht doof Aber trotzdem, wenn es euch heute gefallen hat, drückt mir gerne das Däumen nach oben Lasst mir ein Abo da, tschüss, bis zum nächsten Mal Euer René